Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Heilpflanzen A bis Z. Heute schauen wir uns den Isop mal genauer an. Auf Latein heißt er Hisopus officinalis und die Endung officinalis spricht schon für die Heilwirkung. Im Volksmund ist der Isop auch als Josefskraut oder auch Essigkraut bekannt. Er trägt aber auch viele weitere Namen. Der Isop findet sogar schon in einem Bibelpsalm Erwähnung. Früher wie heute wird der Isop sehr gerne als Heilmittel angewandt. Er gilt auch als Burggartenflüchtling. Früher wurde in den Burgen ja viele Heilkräuter angepflanzt, einfach um sich medizinisch selbst versorgen zu können. Und der Isop war eine davon. Heutzutage findet man noch viele Burgruinen, um die herum ganz viel der Isop wächst. Der Isop ist ein aromatischer und heilsamer Lippenblütler. Er ist verwandt zum Beispiel auch mit dem Salbei, dem Thymian und den Rosmarin. Also alles Pflanzen, die wertvolle ätherische Öle in sich tragen, deswegen auch gerne als Gewürzkraut eingesetzt werden. Besonders auch im mediterranen Raum. Der Isop enthält natürlich auch weitere interessante Inhaltsstoffe, die ihn auch für die medizinische Anwendung so sinnvoll machen. Der Isop ist mehrjährig. Er stammt eigentlich aus dem Mittelmeergebiet und kann aber auch bei uns richtig gut im Garten oder im Topf angebaut werden. An sonnigen Standorten kann es ein richtig schöner, niedriger Busch werden, in etwa so 60 cm hoch. Und er ist auch ein wunderbares Futter für Insekten und eine richtig schöne Augenweide, aber auch eine wertvolle Bienenweide. Früher galt der Isop als heilige Pflanze. Er stand zum Beispiel für Mut und Kräftigung, aber auch für Weisheit und Inspiration. Heute ist bekannt, dass der Isop auch eine antioxidative Wirkung hat. Das heißt, dass er krebsvorbeugend wirken kann. Nachgewiesen ist auch, dass der Isop stimmungsaufhellend wirkt. Deswegen ist er auch geeignet als Teekraut in Mischungen bei depressiven Verstimmungen. Er stärkt außerdem die Nerven. Man hat auch herausgefunden, dass der Isop regulierend auf den Blutdruck wirken kann. Je nach Region kann man den Isop am besten, wenn er in voller Blüte steht, sammeln. Als ganzes Kraut, die Stängel samt den Blättern und den Blüten. Er blüht so von Juni bis August. Man kann den natürlich auch trocknen und für den Teevorrat benutzen. Er wird auch gerne frisch als kräftiges Würzkraut benutzt, besonders in den mediterranen Ländern als Küchenkraut. Da wird er zum Beispiel in Kräuterquark dazu gegeben, aber auch in Salate, auf Tomaten, in Soßen und zu Braten wird er gegeben, weil er auch eine verdauungsfördernde Wirkung hat und somit auch schwere Speisen leichter bekömmlich macht. Früher wie heute wird der Isop sehr gerne benutzt, weil er eine krampflösende Wirkung hat und auch verdauungsanregend ist. Deswegen eignet er sich besonders gut bei Magendarmbeschwerden. Er beruhigt den Magen. Er wirkt aber auch sehr gut gegen Blähungen. Ebenso wird der Isop eingesetzt bei Unterleibskrämpfen, aber auch in vielen Blasentees ist Isop in den Teemischungen mit enthalten. Der Isop wirkt aber auch schleimlösend, beruhigend und entzündungshemmend. Deswegen wird er auch sehr gerne eingesetzt bei Brust- und Lungenleiden, bei Husten und bei allen möglichen Atemwegsbeschwerden. Der Isop gilt auch als Schweißhemmend, das heißt er kann bei übermäßiger Schweißbildung oder zum Beispiel auch bei Nachtschweiß angewandt werden. Eine schöne Idee habe ich auch noch gefunden, das ist eine Kräuterbutter mit Isop und vielen anderen Gartenkräutern. Die kann man dann sogar einfrieren und ein Jahr im Vorrat behalten. Da kann man zum Beispiel noch schön Oregano, Salbei, Thymian mit reinmachen, auch Schnittlauch, ein bisschen Zitronensaft und eine Prise Salz. Viele Gewürze braucht es gar nicht bei diesen tollen aromatischen Kräutern in der Butter. Nachgewiesen ist auch, dass der Isop reinigend und auch blutreinigend und blutbildend wirken kann. Deswegen ist er auch richtig gut geeignet für Frühjahrskuren, für Entschlackungskuren und kann da einzeln oder auch in Teemischungen richtig gut mit benutzt werden. In der Volksmedizin findet sich der Isop auch als wunderbares Mittel zum Gurgeln, zum Beispiel bei Mundentzündungen, aber auch bei Entzündungen und Problemen im Hals- und Rachenraum. Eine weitere schöne Möglichkeit, sich den Isop haltbar zu machen als Hustenmittel, ist ein Honigauszug mit dem Isop. Dazu werden einfach Pflanzenstängel ein bisschen zerkleinert, sodass die in das Honigglas passen. Ein paar Wochen in dem Honig quasi wirken lassen, das nennt man auch ausziehen lassen. Und dann holt man aber auch die Pflanzenteile wieder raus. Umso länger ist der Honig dann auch haltbar und der kann richtig gut benutzt werden als Hustenmittel. Zwei bis drei Teelöffel von diesem Isop-Honig am Tag können dann richtig gut wirken bei festsitzenden Husten und bei schmerzlichen Beschwerden, ja der Atemwege. Ja ihr Lieben, ich bin gespannt, welche Erfahrungswerte ihr vielleicht zum Isop teilen könnt. Ich hoffe auch von meiner Seite war etwas Neues und Interessantes auch heute für euch dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!